So meine Freunde, herzlich willkommen zurück. Heute geht es natürlich weiter mit dem ganzen wundervollen WannaCryStuff. Und ja, wir haben hier letztes Mal gesehen, diese CopyAndStuff-Funktion, die macht eigentlich auch CopyAndCryptoStuff. Die macht noch ein bisschen mehr im Hintergrund. Aber im Endeffekt ist das nicht wirklich was anderes hier, es ändert sich nicht wirklich was. Denn wir bekommen hier dieses ThisObjekt und ja, das wird im Endeffekt, das hat einige Krypto-Parameter, die werden halt sozusagen festgelegt und dann wird hier unten drunter noch ein bisschen was gesetzt. Das ist quasi die, nun ja, der Konstruktor für unsere Klasse, zumindest sieht das so aus. Es wird hier global alloziert, das heißt Speicher reserviert, dann wird das Krypto-Zeug ja gesetupt. Das heißt, das ist im Endeffekt unser Krypto-Setup hier, was alles passieren kann. So, das heißt, was jetzt hier passiert, ist folgendes. Dieses Local, also ich bin jetzt mal wieder in die Win-Main reingegangen. Dieses Local Array hier, das ist unser erster Parameter. Das ist unser Krypto, unsere Krypto-Var, unsere Krypto-Variable, die alles enthält, was irgendwas mit Krypto zu tun hat. Also da ist quasi der ganze Krypto-Kontext drin gespeichert, zumindest im C++-Gedanken. Das heißt, überall wo die verwendet wird, können wir davon ausgehen, dass irgendwas mit Krypto passiert ist. So, hier wird weitergemacht, wenn alles in Ordnung war. Das heißt, wenn der Rückgabewert hier ungleich 0 war, dann hat es offensichtlich keinen Fehler gegeben. Und wir sehen hier, irgendwas mit Dateien tut auch irgendwas mit Krypto und irgendwas mit diesem T-Punkt WannaCry. Das ist schon sehr interessant. Das heißt, dieses irgendwas mit Dateien, das tut irgendwas Großes mit Dateien. Und das wollen wir uns natürlich genauer angucken. So, und jetzt sehen wir hier, hier oben steht sogar schon dieses This drin. Das heißt, hier hat auch, Entschuldigung, hier hat auch Gitra entdeckt, dass hier eigentlich C++-Code an der Reihe ist. Aber wir können immer noch nicht so ganz sagen, was hier eigentlich so gerade passiert. Und ja, deswegen gehen wir hier mal ein bisschen weiter nach drüben. Ah, und eine Sache noch, ich gehe nochmal ganz kurz zurück hier. Nein, da wollte ich nicht hin. Eine Sache will ich hier noch kurz umbenennen. Dieses Copy and Krypto-Stuff. Im Endeffekt tut das ja nichts anderes, wenn wir nochmal ganz kurz reingucken. Im Endeffekt tut das ja nichts anderes hier. Wir machen den Krypto-Stuff. Das heißt, wir sagen, wir laden unsere Schlüsselvariablen in diesen Parameter rein. Und danach legen wir unser ganzes Array an. Das heißt, wir machen hier eigentlich nicht nur Krypto-Stuff oder nicht nur Copy and Krypto-Stuff. Sondern eigentlich importieren wir den RSA-Schlüssel. Also RSA-Key. Das tun wir hier in diesen Unterkategorien hier. Das hier ist im Endeffekt die Import-RSA-Methode, wenn man es genau nimmt. Und ja, da kann man dann eben drin sehen. Das hatten wir ja schon gemerkt. Entweder wir, upsala, das wollte ich nicht. Entweder wir haben den Key hier aus unserem Public Key Blob rausgelesen. Oder aber, das hatten wir das letzte Mal genug grob eingerissen, wird das Ding hier aus einer Datei importiert. Das hatten wir nicht genau untersucht. Aber vermutlich ist es genau das. Erst wenn ihr genau reinguckt, werdet ihr hier merken, ungefähr das passiert hier auch. Das heißt, import RSA from File. Nennen wir das Ding jetzt einfach mal. So, okay. Und ja, jetzt gehen wir einfach mal hier zurück und sagen, jo, ist alles gut. Das war auch okay. So, jetzt haben wir auch ungefähr, was hier gerade so passiert. Und in dieser Kryptowar steht jetzt höchstwahrscheinlich unser RSA-Schlüssel drin. Das heißt, ich mache hier nochmal ganz kurz ein Rename und sage hier RSA-Key dazu, damit wir hier auch wirklich den RSA-Schlüssel haben. So, und jetzt gehen wir in irgendwas mit Dateien rein und sagen hier dieses This. Naja, das ist unser RSA-Schlüssel. Dieser File-Name, der wurde schon richtig hier von uns definiert, irgendwann mal früher. Und dieses UNPARAM2, nun ja, das wissen wir immer noch nicht so genau, was das tut. So, jetzt haben wir hier schon relativ genau das, was eigentlich hier so passieren soll. Und zwar wissen wir, dass hier irgendwas mit Dateien passiert. Und wir wissen, dass irgendwas mit Krypto passiert. Das heißt, vermutlich wird hier irgendwas mit Krypto cooles gemacht. Und ja, jetzt gucken wir einfach mal hier ganz langsam durch. So, das bedeutet jetzt, hier benutzen wir tatsächlich den Dateinamen. Und ihr erinnert euch, t.wnry ist der Dateiname, den wir hier haben. Das heißt, dieses Create-File, das liest jetzt diese t.wannacry-Datei, die wir so verzweifelt versuchen wollten zu lesen, ja. Und ja, jetzt wird das Ding hier, falls es erfolgreich war, also falls das ganze Ding hier richtig geladen werden konnte, diese t.wannacry-Datei, die wir selbst extrahiert haben aus diesem verschlüsselten ZIP-Archiv, by the way, die wird hier reingelesen, okay. Und ja, dieses p-large-Integer hier, naja gut, das muss get-filesize-x, wenn wir da drüber hovern, dann sagt es uns hier, dass der zweite Parameter hier offensichtlich die filesize ist. Das heißt, das Ding können wir einfach umbenennen und sagen hier filesize dazu. Schon mal ein guter Anfang. Und ja, jetzt sagen wir hier, okay, unsere filesize muss kleiner sein als ein gewisser Wert. So, und anschließend lesen wir quasi die ersten 8 Byte aus, okay. Das heißt, wir sagen hier, wir lesen jetzt, also read-file-Handle, wir lesen aus dieser File-H-File, die t.wannacry heißt, die, ähm, ja, diesen, diesen Wert hier aus. Und dieser Wert, den haben wir schon festgelegt, das heißt wannacry-Ausrufezeichen. So, und die ersten 8 Byte, naja, das kommt auch wirklich genau hin, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, und Ausrufezeichen macht 8. Das heißt, wir haben hier genau 8 Byte und die werden hier reingeschrieben in diesen File-Handle. Okay, wir überprüfen danach, ob das Ding auch wirklich, ähm, die ersten, ob die ersten 8 Zeichen Warner-Cry-Ausrufezeichen sind. So, das will ich jetzt mal ganz kurz hier als Kommentar festhalten, damit wir hier auch ein bisschen, ähm, nun ja, einigermaßen klarkommen, okay. Ähm, wobei, lasst mich das kurz in ein anderes Kommentar packen. So, okay, das haben wir jetzt hier festgehalten, dass das eben, also das ist quasi einfach ein Kommentar, das tut ja nichts. Aber wir überprüfen hier quasi, dass die ersten 8 Byte auch wirklich Warner-Cry-Ausrufezeichen sind. Und das muss so gegeben sein. Ansonsten führt unser Skript das Ding nicht weit aus, weil man geht davon aus dann, dass hier tatsächlich diese t.wannacry-Datei manipuliert wurde, ja. Ähm, und ja, deswegen sagen wir hier, das machen wir nur weiter, wenn wir auch wirklich das erfüllt haben. Anschließend gucken wir weiter und lesen nochmal 4 Byte aus. Und diese 4 Byte, ähm, diese, die Dinger hier nehmen wir einfach hier in dieses Local 248 rein. Das heißt, wir überprüfen, ob das Ding, ähm, auch wirklich, ähm, Sekunde, hier unten steht, ob das 0x100 ist. Das heißt, ähm, wir lesen quasi, ähm, Achso, ja, ich bin ja gerade im Variablen-Namen. So, dann nennen wir das einfach mal Special, äh, 4 Bytes, ja. Okay, das heißt, wir haben hier 4 spezielle Bytes, die eben genau 0x100 sein müssen. Wir lesen hier, wie gesagt, 4 Bytes aus. Und die werden überprüft, ob die auch wirklich, ähm, Sekunde lasst mich das umschreiben in eine, na, wo sind wir, 0x100. Die wollen wir, also wir überprüfen, ob diese 4 Bytes gerade 0x100 sind. Aber ich will eigentlich das Ganze gern, ich kann nicht so gut, ähm, so gut hexadezimal im Kopf. Ich meine, ich könnte das jetzt um, äh, umwandeln. Aber mir ist 256 lieber. Das heißt, ich habe hier 256. Jetzt weiß ich aber nicht genau, was diese 256 bedeuten soll. Ähm, so, das bedeutet, wir haben hier irgendwas mit 256, eventuell sogar 256 Bytes, die gelesen werden. Und ja, dem ist auch so, wir lesen hier wieder 256 Bytes und schreiben die tatsächlich in unser Array rein. Also in, 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 in unser, in unser Klassenobjekt, ja. Das heißt, wir haben hier diese 256 Bytes, die wir jetzt lesen und schreiben die in this plus ein gewisser Offset rein. Und dieser Offset, der ist natürlich relativ wichtig für uns, ähm, weil, oder wobei diese 256 Bytes, die sind relativ wichtig für uns, denn 256 ist meistens eine gewisse Keygröße, okay. Das heißt, was wir hier wahrscheinlich lesen oder eventuell lesen, ist der AES-Schlüssel. Die sind nämlich normalerweise 256 Bytes lang. Und wir wissen ja, wir machen hier irgendwas mit Krypto auch drin. Das heißt, ich bin da schon im Modus, okay, Krypto drin. Das heißt, ähm, vielleicht, wenn wir Glück haben, lesen wir hier gerade wirklich den AES-Schlüssel ein. Und der steht dann in t.wannacry drin. Das wäre natürlich so ziemlich das Optimum, okay. Okay, das heißt, wir sagen hier, ähm, ich will hier einen Comment dafür haben. Und ja, jetzt machen wir sogar einen Plate-Comment, denn das ist wichtig. ähm, read 256 Bytes into this. So. Ah, das ist nur da drüben richtig. Ähm, dann sollte ich vielleicht hier drüben auch noch was reinschreiben. Und zwar ist P-E-Comment, ähm, read 256 Bytes into, ups, into this. Okay. Ähm, dann haben wir das hier drüben und hier haben wir es auch. So, wunderschön. Jetzt haben wir quasi ein bisschen Klarheit reingepackt. Dieses Ding liest also 256 Bytes in unser This-Objekt. So, weiter geht's. Ähm, wir wollen selbstverständlich, ah, und bemerkt bitte hier hinten, dass wir auch den Offset drin haben. Den müssen wir uns kurz merken zumindest. So, okay, dann sagen wir hier, wenn das wieder erfolgreich war, dann lesen wir nochmal was. Und dieses nochmal was sind vier Bytes. Die lesen wir hier rein. Ähm, deswegen nennen wir jetzt diese Variable nochmal Special, weil wir ja nicht wissen, was genau das ist. Special for Bytes 2. Damit wir wissen, dass das die zweite Spezial 4 Bytes sind, die einfach danach kommen quasi. Und dann sagen wir hier, das ist im Endeffekt genau nochmal dasselbe. Wir lesen hier nochmal 8 Bytes ein. Das heißt, wir sagen hier Special 8 Bytes. So, wunderbar. Und ja, jetzt überprüfen wir hier weiterhin, ob das erfolgreich war und ob dieses Local 234 kleiner ist als 1. Das haben wir, ähm, bislang noch nicht kennengelernt. Diese Variable, die können wir gerade mal, ähm, wobei, lass uns, ähm, genau. So, also wir haben sie bisher noch nicht wirklich kennengelernt. Das heißt, die ist noch nicht wirklich wichtig für uns gerade. Die ist einfach nur kleiner 1 und kleiner 0. Also, nun ja. Und diese Special 8 Bytes, die müssen kleiner sein als 640001. Ähm, was genau das bedeutet, wissen wir noch nicht so genau. Was wir aber jetzt sehen, sehen wir hier vorne. Und zwar, wir sagen hier, this plus 4. Das ist unser Objekt, ähm, also dieses this Objekt plus 4. Das wird gerade übergeben an diese Thread Save Mem Copy Funktion. Die haben wir übrigens umbenannt. Ähm, falls ihr euch daran erinnert. Und dann hinten dran übergeben wir this, plus 0x4c8. Das sollte euch bekannt vorkommen von hier oben. Das heißt, das Ding ist eventuell, ähm, potenziell der, der AIS-Schlüssel. Und hier übergeben wir noch diese Special 4 Bytes, diese Local 230. Wissen wir nicht genau, was das sein soll. Local 30. Wissen wir auch nicht genau, was das sein soll. Aber hier drin machen wir jetzt irgendwas mit unserem, naja, potenziellen AIS-Schlüssel, okay? Das heißt, ich editiere nochmal die Funktionssignatur hier und sage, ähm, Potential AIS-Key-Decrypt. So. AIS-Key-Decrypt, okay. AIS-Key-Decrypt. Das ist okay. Ähm, da gucken wir dann nachher rein. Das ist jetzt ein mega langer Funktionsname, ähm, da wollen wir jetzt nachher reingucken. Wir wollen jetzt erstmal ganz kurz hier fertig machen, was hier noch alles passiert. Okay, dann schreiben wir das Ganze wieder in den File-Handle, der sagt, ähm, wenn das Ding erfolgreich war, also ungleich Null, dann machen wir irgendwas anderes. Und hier haben wir wieder zwei Variablen. Hier benutzen wir jetzt auch diese Local 230. Das heißt, diese Local 230, ganz kurz nochmal, ähm, wir, ach, komm schon. Ähm, die ist uns bislang noch nicht bekannt vorgekommen, ebenso wenig wie diese Local 30 hier. Das heißt, es ist gut möglich, dass diese beiden Variablen hier tatsächlich Output-Variablen sind und hier dann wieder weiterverwendet werden. Und irgendwas mit diesem Pointer-Dat-Objekt, da wird auch noch irgendwas auf uns zukommen. Ähm, hier sehen wir, die wird irgendwie benutzt in irgendwas mit Dateien. Das ist einfach nur ein Pointer auf dieses, äh, auf ein, irgendein anderes Objekt, das wir hier finden. Und ja, dieses Objekt nun ja, was wir da reinschreiben, also da ist ja offensichtlich gerade nichts drin, ja. Aber was wir da verwenden, das müssen wir erst noch rausfinden. Das heißt, da können wir aktuell noch nicht wirklich was sagen. So, ähm, das heißt, wir müssen rausfinden, was hier drin in der Funktion noch passiert. Und dann sagen wir hier, okay, wir speichern uns nochmal was rein, ähm, haben dann nochmal einen Datei-Lese-Vorgang, auch wieder von unserem Schlüssel, ja. Also nicht unwichtig. Und verwenden hier auch nochmal Local 20 und die File Size. Und dann wird hier unten nochmal eine Funktion aufgerufen. Okay, das heißt, der Teil hier liegt noch vor uns, ebenso wie rauszufinden, was mit diesem Schlüssel hier passiert. Ja, und das wollen wir dann beim nächsten Mal klären. Ich hoffe, es hat euch soweit gefallen und wir hören uns wieder beim nächsten Mal. Bis dann, ciao.